Sky5 News hat erfahren, dass ein Apartmentkomplex im Osten der Stadt von einem unglaublichen Angriff auf einen LAPD-Tatort erschüttert wird. Bleiben Sie dran bei Sky5 News. Der Block ist so eine Scheiß. Ich hatte, glaube, so was von negative KI. Ich hatte echt bestimmt so 18,4, 18,5 auf der einen Seite nur im, ähm, nur Sniper rumgelegen haben. Keine Chance. Weil es einfach zu schmal ist. Die Map ist einfach zu schmal. Oh, ich seh die Granate noch kommen. TV-Programm. Ich hab sie noch kommen sehen. Dass sie auch immer so schnell explodieren mit Battlefield 4, dauert es eben eine ganze Weile. Das Problem ist, die brauchen uns nur weit genug vortreiben, dann haben die die komplette Seite und dann können die schön das Geld da angraben. Wie ihr da gerade seht, wie sie es gerade versuchen. Warum schießt der denn nicht? Ich hab, also er hat geschossen, ich hab auch getroffen, aber warum stirbt der denn nicht? Ey, drüben am Fleitehaus ist einer. Oh, ich hab schon das erste Geld. Habe einen Verdächtigen gesichtet. Oh, ich hab' einen Molotov-Focktail. Komm, weiter. Oh, ich hab' einen Löcher. Oh, ich hab' einen Löcher. Hier kommt ein wenig hin. Oh, ich hab' einen Löcher. Oh, ich hab' einen Löcher. Rieberspringen, und, 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 und. Das mag' ... Ich mag der Block überhaupt nicht. Oh, nein. Was ist denn das? Wer ist denn das? Das ist also keine Chance, hier was zu machen. Also, wenn du einmal vorne bist ... Och, Mann, dieses ... Kackspiel, ey. Ah, da oben. Ach, ernsthaft? Einer am Fleitehaus. 0 zu 6, das geht schon wieder so los. Es geht schon wieder so los. Die haben ... Also, Block ist eigentlich die dümmste Map, ob's beheißt ist oder bei, bei dem hier ist. Bei Blood Money, ich hasse diese Map einfach. Die Map ist so doof gemacht. Och, die ist so schmal. Ach, das ist die Musik von dem, von dem Haus. Das ist gar nicht, kein anderer Spieler. Komm, ich will mal wenigstens einmal einen treffen. Killen. Ja, wenigstens mal einmal. Hinter mir. Boah, ey, von beiden Seiten. Ey, haut ihn doch mal nicht. Ey, haut ihn doch mal nicht. Der hat dir nichts getan. Ach, schon wieder ... Nichts. Ich seh' ein. Ich seh' ein. Ich seh' ein. fucking Dach so dermaßen. Oh. Hey, der ist am Boden. Hier, ein Medikin. Jetzt sind wir vorbei. Das wird aber vorbei. Scharfschützen. Ich seh' hier einen Kopf. Ja, Alter. Gut da oben. Die campen da oben auf diesem fucking Haus. Du hast keinerlei Chancen. Du hast keine Chance. Guck dir das doch mal an da oben. Schönes, äh ... Erste-Hilfe-Paket noch hingestellt. Wahrscheinlich noch ... ... Verdächtige Gesichter. Hey, kommt nur noch raus. Leute, er holt euch das Geld an. Ah! Ihr habt hier drüben einen festgenagelt. Da ist ein Armbleiter aus. Wo kam das denn jetzt her? Ah, wieder vom Dach. Ey, du ... Alter, das kann's doch nicht wahr sein. Das kann jetzt doch nicht wahr sein. Wie willst du sowas ... Warte, wie kommt die auf die Dächer drauf? Man, wir sind ja hier mittlerweile schon beim Base-Vape. Mann, die haben uns ja schon in die Base-Zone gebringt. Mann, der Boden! Guck mal! Wer geht aus! Wer geht aus? Wegen das nicht die Bahn. Alter, aus! Habt einen festgenagelt! Wer ist am Boden? Hey, da ist deine Kamera. Uff. Ihr habt noch einen verloren. Verdammt! Verdammt! Da oben, der Opel auf dem scheiß Dach. Alter, das nervt mich so dermaßen da oben. Es fuckt mich so ab gerade, dass sie die ganze Zeit da oben auf ihrem kleinen Dach sitzen und sich ein runterholen, weil sie so geile Sniper sind. Hier drüben. Wieder einer am Boden. Überraschung. Einer von uns am Boden. Was? Gibt es immer noch da oben wetten? Ey, einer am Boden. Ist der da hochgekommen? Wir müssen mal langsam mal einen kleinen Angriff. Aber, 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 aber. Der wird natürlich gleich wieder gehandgranat. Wieso komme ich hier nicht drüber? Alter! Hinter. Hinter mir, hinter mir. Was mache ich denn hier? Mann! Das kann doch nicht was werden. Was ist denn das für eine Scheiße? Warum hängst denn du an jeder Straßenecke mit dem... An jeder verfickten Ecke hängst du. Da haben sie auch noch... Scheiß Kameras dahingestellt. Ganz schlecht geschossen, mein Freund. Das kann doch nicht sein, warum geht der denn da nicht da drüber? Das kann doch nicht klappen. Ich habe da gerade keinen Bock mehr drauf auf der Block. Ich habe nicht, keinen Bock auf die Map. Sorry, aber. Ich habe da gerade keinen Bock mehr drauf auf der Block. Ich habe nicht, keinen Bock auf die Map. Sorry, aber. Oh Gott. Oh Scheiße! Hier drüben ist einer! Oh Scheiße! Er ist tot! Jetzt machen wir das gleiche mal was die machen mit uns. Jetzt machen wir das mal mit denen. Da ist einer! Oh Scheiße! Das war nicht klar. Das war natürlich klar. Das ging jetzt zu lange gut da oben. Ich habe die Runde aber verloren. Ich hasse diese Map so wie sehr, ey. Na, ist vorbei. Ach, gut, mein Lieben. Ach, sieben, fünfzehn ey. Lachhaft. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, let's play Battlefield-Hotline. Der Blog mit Blood Money. Oder? Morgen kommt irgendwas anderes. Ich weiß nicht was. Also, bis dann. Ciao!